So, und wenn ich so beruhe, muss ich in dem Moment zuschlagen. Du musst entweder wegzucken, du schlägst auch. Kannst du das nicht? Das hast du wohl schon zigfach gemacht, oder was? Das war, du musst mich erst so anticken und dich einfach so zuschlagen. Ja, jetzt hast du aber auch nicht angetickt. Nee, ich hab dir so mal gezeigt, wie das geht. Achso. Ich denke, ich soll dich erst mal anticken. Du sollst nicht denken, du sollst nachdenken. Ja, ja. Ja, was? Das ist ja mal so. Soll das alles? Du bist doch flink. Du schummelst, klar. Aber das ist ein merkwürdiges Spiel, oder? Ach, du hast keinen Plan. Mach doch mal was. Also wenn das... Also ich weiß nicht, das sind ja komische Spielregeln. Ach, ich weiß. Also... 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 Reaktion. Bist du nicht flink genug? Das ist mir halt sehr merkwürdig. Du ziehst deine Hände hinein, oder? Ich ticke so an und dann so zu. Ach, nicht so. Ach, das ist ein Kuss. Ach, das ist ein blödes Spiel. Du bist aber nur am Meckern, ne? Was anderes kannst du, glaub ich, gar nicht. Na gut, komm. Du musst mich erst so antinken, dann zuschlagen. Ja, das mach ich doch. Was hast du nicht angetinkt? Nee, für die Spiele oder auch für das... Du mal, was anderes bist du? Blödespiel ist das. Besser, wie den ganzen Namen vor der Glopze rumzuhängen. Was machst du denn? Ich ticke an der unten. Erst... Hauptsache sauber. Komm. Du musst doch immer weiter rüberkommen, entweder so mittelmäßig oder gar nicht. Das ist alles... Weißt du, das ist mir eigentlich normal, aber dann bist du blöd. Also, jetzt diesen bescheuerten Film, jetzt diesen... Oh, noch einmal. Noch einmal, komm. Komm, noch einmal. Bitte schön. Noch einmal, ja? Der Film ist morgen sowieso wieder weg. Äh, echt... Ich muss ins Bett jetzt, ne? Oh, komm, noch einmal. Jetzt kann man ins Bett! Ach, du bist doof.